Und jetzt kommt meine Band, da gibt es jetzt mal aufs Brett. Da war es also so, dass sie ein fantastisches Demo abgeliefert haben, wo uns schon beim Vorhören der Hut weggeflogen ist. Dann kam da auf einmal ein Live-Video rüber. Da war es dann so, dass die ganzen Kollegen nur noch am Hüpfen waren. Also man sah gar keine Band mehr, sondern nur noch an Hüpfen im Saal. Mit einem absoluten geradeaus Rock, ich kriege auf die Schulter geklappt. Das heißt, ihr seid ready, hier sind wir euch aus Vorzeigen. Wirtsystem! Hallo, schönen Tag, Kai! Wer von euch weiß, was so hält, habt euch gerade mal hier ein, hier vorne, gerade mal einhaken. Links, rechts, links, und! Ich kann mich schauen, was hier denn vor sich geht. Auf dem der Umwind, der Flucht durch ihren Kerl berät. Verlauter Männer spielen, promenieren, weil ihr sie den Wettbewerb zu herliegt, wo man ganz verliert. Alle Kippen am draußen geht sich aus, schüttt meine Arschlöte. Das Gäste war nicht, wo es ging aus. Sprengen, 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 komm! Sie kann eigentlich verstehen, an alle Kippen da draußen mit dir kauf. Sie kann eigentlich verstehen, als wäre dann das Zeug. Mach deinen Mund mal auf! Schrei es raus, schrei es raus! Flieb es von Sascha dran, damit du uns nicht mehr entkommst, wiegen wir dich in den Traum. Solange wir ruhig bleiben, sind wir genehmt. Freier Mitschlag, was du denkst, sie kann eigentlich verstehen. An alle Kippen am draußen, setz ich auf! Freie es raus, ich bin weiter ein in die Söhne, ein Gehen, noch gar nichts aus. Ich nehme mir die Lieder, die Kippen am draußen fliegen, und dann sind's verkost, ich mach her, dann wer es fliegt. Lass dich ja nicht mehr, auf Geht was auch. Ihr habt euch alle 71 Y seating, eure letzte Chance auf zu springen hat einenavaş father who Und ihr wisst schon was du juntos Liebesавogn belief in seinem wahnsinn Damit du uns nicht mehr hinkommst, kriegen wir dich in den Schnell Solange wir ruhig bleiben, sind wir dem Leben Freier Mensch sagt, was du denkst, sie können dich verstehen Und alle können von der Hand raus und nicht mit dir auf Sie können dich verstehen, es wäre eine Zeit, mach deinen Mut mal auf Schneiderstaun, Schneiderstaun Dankeschön! Vielen Dank! Das war wundervoll! Dankeschön! Du bist ganz eingefällig, nein, doch ich werde mein Verschenk Mind now, is nothing to end?